und dame herzlich willkommen zurück zu let's play a session screed wir sind wieder hier dabei und jetzt stechen wir auch endlich in see ja jetzt stechen wir endlich in see nachdem wir das vom vorletzten mal gemacht wollten haben noch schnell die ganze insel hier erforscht ja wo fahren wir denn hin wir müssen wo müssen wir überhaupt hin wir müssen nach müssen dahinter das ist nassau okay wir können ja eine schnellreise ist dass man die schnellreise aber wir wie wir wie wir wir moment ich kann nicht weiter jetzt kate island wir machen dahinter hallo hauptwesen genau und jetzt stechen wir einfach nur im see geht auch oder im see stechen genau besten ist sie haben seit dem rang 42.000 ich glaube wir waren sogar schon mal besser oder keine ahnung wie viele menschen spielen in der session screed 4 bestimmt nur 5 alle setzen und schafft zum winter ausrichten so dass ich gerade einen grünen grünen wieder aber momentan nicht ganz so viele deswegen ich rette den grünen grünen und da haben wir auch schon wieder ist das neues lied was für ein schönes lied einfach nur so denn da hole ich mir noch so dann probieren wir unseren neuen kettengeschoss aus das ist ich habe ich habe ich habe das ist ich habe ich habe ich habe Erinnern wir jetzt wirklich so mit einem Schiff? Na ja, okay. Dann ändern wir halt so mit einem Schiff. Gegner-Roshe-Crew, töte! Noch kann ich nicht schießen. Guck mal da. Zwei getötet, okay, und... Zwei. Noch mal nachladen kurz. Obwohl, du weißt das, ich komme hier, ich gehe gleich genug. So, der ist tot. Und... Stirb, 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 yeah. Oh, das war schon lustig. Gut, der erste Schiff noch mal erledigt. Müssen wir mal schauen, was denn überhaupt noch in unserem Schiff alles war, jetzt? Wir haben hier müssen wir uns nicht. Stoff, Zucker, bekanntlich gerade, verringern muss man auch nicht. Denn wir nehmen es mal in die Flotte auf, um es zu verfracken dann. Oh, Quatsch, falsche Taster, ich wollte eh drücken. So. Wir müssen natürlich auch noch verfracken. So, dann wollen wir hier. Hier, wir können das Trabone erhöhen. Okay. Was haben wir denn da hinten? Boah, guck mal dahin doch. Äh, Quatsch. Wir haben eine falsche Taster. Was ist das denn? Toll, das heißt aus wie, wow, 5000. Ah, aber ein Piratenjäger ist da irgendwo. Wo, Verfolger? Verfolger? Ich sehe dich. Komm ruhig her. So, reich mir den damit. Ja, tun wir gleich, Moment. Der weiß gar nicht, was ihm blüht gleich. Bereit zum Feuern, Käpt'n. Feuer! Alter Schwede. So, das war's auch schon. Und da ist es. Yeeha! So, wir müssen das S halten zum Endern. Dann holen wir uns das Schiff hier mal. Hallo? So, los, ran mit dir. Gute. Äh, bewegt uns aber nicht so krass. Ja, los, kam ran mit euch. So. Und da muss ich irgendwo noch eins oder was kommt, wisst. Ist doch egal. So, ran an die Piratenjäger hier. Euch reiche ich, weil meine Fury-Jagd, der wird gejagt. So, stirbt doch bitte eine langsame Fahrt von Todes und Aufenthalt, ob das Ziel ist erreicht, ne? Achso, wir haben noch ein Assessin-Auftrag. Achso, wir haben noch ein Assessin-Auftrag. Wir haben noch ein Assessin-Auftrag. Okay. Ja, es tut aber wirklich kein Anleit. So, da ist der Kapitän-Tot. Was, wer ist denn hier mein Pfeil, wenn ich? Ist immer sehr schwer zu erkennen, weil ich hier habe mich gesagt. Alter, ich bin gleich tot, ich kippe gar nicht. Schöner Sache ist, ich merke gar nicht, wenn mich jemand eingreift. So, na endlich. Das ist ein bisschen schwer gekennzeichnet hier meistens. Ausreden suchen. Witzig, ne? Ich brauch's nicht, die anderen sind. So, hallo, ja, Früchtchen. Geblünderte Beute. Molzmedalleisen. Äh, in Kämmer jetzt weiter aufnehmen, weil wir brauchen noch ein paar Schiffe wieder. So, E-Flapp. Weg damit. Und dann holen wir uns noch ständig Beute, die wir gerade zerlegt haben. So. Wo siehst du denn, du Beute? Ich hab doch schon alles eingesammelt, mein Gott. Junge, vertrauen wir doch mal nicht. Ich bin aber, ich irreführe. Ich kann umgehen mit dem Schiff. So. Werden uns die Leute hier wieder fröhlich was vorsingen? Hol ich mir mal noch die Beute da hinten. Weiß gar nicht. Spawnt die random? Ich hab mich schon mal gefragt. Spawnt die Beute random? Randome? Kennt ihr random? Einige werden den Witz völlig verstanden haben. Viel aber auch nicht. Und die, die ihn verstanden haben, fanden ihn schlecht. Wow. Ja, ja, bin schon dabei. Dem Wint nachzugeben. Da haben wir noch einen. Der gerne von uns gerettet werden möchte. Und wir können im Moment kein Segel setzen. Also kein schnelles. Und da sehe ich auch schon wieder den nächsten Piratenjäger vor uns. Wunderschön. Oh. Ho, 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 ho. Ganz schön. Ja, ich sehe es. Mehr Segel, alle Segel. Okay, wo ist der Piratenjäger? Ich muss aufpassen. Ich bin nämlich jetzt bei dem Sturm überrascht. Das wäre uncool. So, da sehe ich auch schon ein neues Gut für uns. Und der Sturm hat sich anscheinend gelegt. Das gefällt mir. So renne ich nicht vollkommen schutzlos in den Piratenjäger rein. So, hallo Boots. Wie geht es dir? Flyer! Popeye, Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Boah, ihr Zeichen, Captain. Wolltet jetzt gern schwimmen, hä? So, dann holen wir uns das. Bonusgut hier. Was haben wir da? Feuerwasserfall. Okay, gut. Das ist nichts Besonderes gewesen. Ich dachte, das ist vielleicht was Spannenderes, aber... Nee, nee, nee. So, wo ist der Piratenjäger? Das darf ich gerade nicht. Es wird mir angezeigt, dass da einer sein soll. Hat sich bestimmt irgendwie aufgehangen oder so. So, wunderschön. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Irgendwas ist da. Stufe 4, Stufe 4. Nichts Spannendes, also. Wow. Da habe ich gut getroffen, hä? Der nächste Triff. Da habe ich gar nicht getroffen. Feuer! Lassen Sie verboten, wackeln! Vorsicht, kämpfen! Feuer! Geht an Sie jetzt zurück! Feuer! Die Handenflieger hat enttanzu! In der gar nichts. Und auch das ändern wir nicht. Ein Sturm, sie geht auch da. Okay, gut. Ja, so man hat uns durchgefahren, hat auch nicht viel gebracht, aber... Wenigstens ein bisschen was von der Flüge am Sturm. Ja, cool, aber wenn ich das mit einem Monsterweller erleben habe ich nämlich selbst... So Monsterwellen. Sollten eigentlich ziemlich häufig sein, habe ich gehört von anderen Spielern, aber... Ich habe die irgendwie noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. Da haben wir keinen Stoff für die Segel. Aber ich... Ich möchte dieser Piratenjäger sein. Oh, ein Four! Das würde ich aber in der nächsten Folge erst machen wollen. Weil sonst haben wir keine Zeit dafür jetzt. Scheiße! Tut mir leid, ich wollte noch den Kopf drücken. Oh, dann holen wir uns das da schnell noch. Aber was sind denn diese Riesenlein? Ich rafe das nicht. Ich frage mich immer noch, ob dieser Piratenjäger, wie man wirklich, der mir noch angezeigt hat, hier auf der Jungs. Das geht jetzt irgendwie... so habe ich das fragment gefunden zurück schnell der storia ist unerträglich wenn ich mich so zu fuß sondern festungen ja schießen die mich ab ja aber ich komme nicht rein wahrscheinlich und rein in das schiff dann starten wir mal rein wenn wir gerade weil zwei minuten möchte nicht mehr machen da flubs fragten wir noch schnell die schiffe ab abfragen abfragen klor reich zu heimgekehrt ok dann machen wir gleich noch mal eigentlich bestätigen so auf der kämpfer wurde sind jetzt nicht gut dieses piratenschiff es gibt es gar nicht wird mir das denn angezeigt wir dürfen nicht in dieses monster geraten Wurzel starke den Weg da das hat wir müssen immer besser schon vorbei ist weil sonst bringt uns das nicht da werde ich gleich mal irgendwo auflaufen wenn ich gleich ja sicherlich verpiss dich vor und wubbel ist uncool das habe ich auch gemerkt oh mein Gott oh was haben wir hier denn nur noch ein wenig Beute hol ich mir natürlich sie nur Käpt'n die See erhebt sich so wunderschön ist der Tag dann holen wir uns jetzt in dieser Folge ganz schnell dieses Kästchen hier und dann geht es auch schon weiter in der nächsten Folge Flups so ein schönes karibisches Wetter einfach wunderbar lalala hier ist sogar gleich zwei Dinge cool das gefällt mir der lässt aber so ein Zeug hier zurück ganz ehrlich der lässt einfach eine Kiste und sowas auf einer einsamen Insel stehen das ist doch voll unlogisch so na dann bis zum nächsten Mal liebe Freunde der guten Überhaltung tschüss tschüss